Mit dem Regen kommt am Donnerstag der Sturm nach Deutschland und da ist wieder vor allem betroffen der Nordwesten, die Nordseeküste, aber auch die Gipfel der Mittelgebirge, teilweise mit Böen über 90, vereinzelt sogar über 100 Kilometer pro Stunde. Das gilt eben für den Brocken beispielsweise oder auch den Feldberg. Gipfel generell in Süddeutschland, im Flachland ist es auch sehr windig, aber da haben wir eben keinen Sturm. Ja und man sieht hier schön im Wolken- und Niederschlagsvorschaufilm, wie das eine Regengebiet rüberzieht, es gibt kaum eine Lücke und dann kommt schon das nächste wieder nach. Lediglich hier im äußersten Südwesten und Süden, da passiert relativ wenig, da wird es zwar auch nass, aber die Mengen halten sich in Grenzen. Das sieht man hier nochmal schön am Niederschlagsvorschaufilm und das Spannende bei dieser Wetterlage ist, obwohl es hier so aussieht auf den ersten Blick, als bekäme ganz Deutschland fast das gleiche am Regen ab, ist es doch so, dass es sehr große Unterschiede gibt. Nämlich es gibt ausgeprägte Louvre und Lee-Effekte durch diesen starken bis stürmischen Wind. Das heißt an den Westseiten der Mittelgebirge regnet es extrem viel, auf den Nordost- bzw. Ostseiten extrem wenig oder auch gar nichts. Man sieht das hier schön am Harz. Da ist es richtig blau, das heißt von Südwesten fällt da sehr viel Regen, aber hier nordöstlich davon gibt es einen trockenen Streifen. Das gleiche hier auf der Nordostseite des Thüringer Waldes, ebenso hier östlich des Schwarzwaldes kommt kaum was runter und auch hier am Mittelrhein, während hier zum Beispiel im Sauerland Westerwald oder auch hier im Nordosten Baden-Württembergs deutlich mehr Regen fällt. Das bedeutet, am Vormittag zieht dieses erste Regengebiet über Norddeutschland hinweg. Vorher gibt es im Osten und Südosten noch ein paar Wolkenlücken, die schieben sich aber am Nachmittag zu. Dann fällt fast überall mal ein bisschen Regen oder zumindest Nieselregen. Lediglich hier im äußersten Norden gibt es auch mal eine Wolkenlücke und die Temperaturen dazu sind weiterhin viel zu hoch für die Jahreszeit. Am Alpenrand 6 Grad, verbreitet zweistellige Werte zwischen 10 und örtlich 13 Grad.